Das ist glaube ich Jingle Bells, was sie da spielt. Meine Damen und Herren, wer kann schon von sich behaupten 206 Vinyl Träger mit seiner Stimme zu schmücken, 180 CDs, 30 Audiokassetten, 21 DVDs und 12 VHS Kassetten. Es ist sie, die Godmother des Punk, hier ist Nina Hagen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Komm bitte rein. Guten Tag. Ja? Oh. Herzlich willkommen hier bei MTV Home. Kein Scheiß, kein Scheiß. Alle Tage werden. Herzlich willkommen. Nimm bitte Platz. Darf ich dir deine Gitarre abnehmen? Nimm dir das mal ab und dann kannst du mitkommen zum, äh da, da ist dein Stuhl. Der mit Chord bezogene Stuhl. So. Bitte. Es ist schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ich leg das hier nochmal zur Seite, das werden wir erst später brauchen. Erstmal herzlich willkommen bei MTV Home.